US-Präsident Donald Trump und Gattin Melania Trump sind zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Sie landeten am Morgen auf dem Londoner Flughafen Stansted. Nun sind diverse Termine mit Mitgliedern des Königshauses geplant. Der Präsident und die First Lady werden zunächst feierlich im Buckingham-Palast empfangen und dort unter anderem mit der Queen zu Mittagessen. Geplant sind auch ein Besuch der Westminster Abbey in London und ein Treffen mit Prinz Charles. Für den Abend ist ein Staatsbankett im Buckingham-Palast angesetzt.